Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute neue Folge. Wichtige Information. Es gab ein paar Probleme mit den Folgennummern und mit den Datums. Nimmt's mir nicht übel, ich hatte da ein bisschen irgendwie mich vertan. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum ich diese Probleme hatte und warum ich mich vertan habe. Warum es zu verkehrten Zeitpunkten online ging. Und ab heute Abend ist wieder alles in einem richtigen Tagesrhythmus. Wie es eigentlich auch sein sollte. Weil eine Folge ging schon vor online, dann ging sie doch nicht online. Ist natürlich blöd, aber was will man machen? Ist auch egal. Jetzt läuft es wieder. Gestern hatte ich ein wichtiges Fußballspiel, wo ich den ersten Platz erreicht habe. Wow. Wo ich mal wieder erster geworden bin. Im Ausland. Wurde merkt, in den Niederlanden. Ja. Äh, was soll man sagen? Das ist ja mal eine tolle Sache. Ja. Äh, was gibt's denn sonst noch so zu erzählen? Hm. Im Prinzip gerade jetzt nichts. Doch, äh, dass ich in guten Formaten arbeite. Und, ja. Da soll auf jeden Fall was kommen. Es gab auch ein paar Sachen mit dem Intro, was ich erzählt habe von WolkenTV. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon erzählt habe. Weil mich jetzt jetzt trotzdem nochmal, bevor ich nachher irgendwo was vergesse. Weil ich jetzt ein paar Videos gelöscht habe, die ich schon aufgenommen hatte. Ja, ähm, es kommt jetzt ein neues Intro zu WolkenTV. Warum? Weil ich mir dachte, es passt ganz gut und das andere war mir einfach zu lang geworden in der letzten Zeit. Und wenn du ein Video hast, wo das Intro länger ist, das ganze Video selber und der Abspann dazu kommt, dann bringt dir das alle nichts. Und deswegen kommt dazu und da könnt ihr euch drauf freuen. Wann es genau kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen, wie lange ich der Verbraucher. Erstmal wichtig, heute die Folge mal am Abend für heute fertig zu haben. Und eventuell schon mal für morgen. Und dann abwarten. Und dann kann ich mich um das Intro kümmern. Also, ich würde sagen, das war jetzt mal genug Info für heute. Heute, dennoch, habe ich den ersten Platz gemacht. Beim Sport ist es eine tolle Sache, aber eine Sache gibt es noch. Ihr seid ein sehr tolles Publikum. Für die Stammzuschauer möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich an jeden einzelnen Zuschauer bedanken. Auch wenn es mal ein paar Probleme gibt, nimmt es mir nicht übel. Aber ich versuche, besten Content für euch zu machen. Es wird auch noch anderen Content kommen, der in Arbeit ist. Und wann, wie genau, kann ich nicht zu 100% sagen. Aber es kommt, ist in Arbeit, soll ja auch für euch spannend bleiben. Also, ich bedanke mich. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, morgen. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Und ciao.